Die Jagd ist unmittelbares Erleben, mitten in der Natur. Sie erzeugt wahrhaftige Momente. Jagd ist erfüllendes Handwerk, Notwendigkeit und viel Verantwortung. Ob Pirsch, Gesellschaftsjagd oder Ansitz, damit man dieser Verantwortung gerecht wird, braucht man einen kompetenten Ausrüster. Waffenschrom in Tellingstedt. Ein Zusammentreffen von fachlicher Kompetenz und gelebter Passion. Der Familienbetrieb gegründet 1934 wird heute von Kirstenschrom geleitet. Der ursprüngliche Krämerladen ist seit 1972 ein reines Waffen- und Jagdgeschäft. Mittlerweile mit 25 Mitarbeitern. Rundumbetreuung auf 1500 Quadratmetern. Fast 1000 Gebraucht- und Neuwaffen sind permanent verfügbar. Ebenso jagdliches Zubehör wie Schalldämpfer, Zielfernrohre, Munition oder Ferngläser. Und natürlich Bekleidung für Jagd und Outdoor. Von Schuhen und Stiefeln über regenfeste und atmungsaktive Kleidung bis hin zu einer riesigen Auswahl an Hosen, Hemden und Blusen fürs Schüsseltreiben oder den Jägerball. Die Firma Schrum hat auch Jagdreisen im Angebot. Weltweite Pirsch? Kein Problem. Bestellen kann man auch in einem klassischen Papierkatalog oder ganz einfach online. Auf die Jagdwaffe muss immer hundertprozentig Verlass sein. Die hauseigene Büchsenmacher-Werkstatt bietet dabei einen professionellen Rundum-Service. Inklusive Kontroll- und Einschießen im unterirdischen 100 Meter Schießstand. Selbst für die Schießfertigkeit hat Firma Schrum gesorgt. Mit einer Schießanlage nach den Standards des Deutschen Jagdverbandes. Highlight ist das eigene Schießkino. Dazu gibt es zwei kombinierte Trab- und Skitstände. Eine laufende Keileranlage, einen Kurzwaffenstand und drei Kugelbahnen a 100 Meter. Einzel- oder Gruppentraining, Hegeringschießen, Firmenveranstaltungen. Alles an einem Ort. Alles aus einer Hand. Derart ausgestattet, vorbereitet und trainiert wird die Jagd tatsächlich zu einem ganz besonderen Moment. Mit viel Vertrauen in die Ausrüstung und das eigene Können. Mit der Rundum-Versorgung von Waffenschrum aus Tellingstedt, lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. Waffenschrum. Kompetenz und Vielfalt aus Tradition. Besuchen Sie uns. In Tellingstedt oder unter waffen-schrum.de Sch suspiciouser Anachter. Boperschössungs- und Bedien Vad Waffenschrum. Waffenschrum.